Als Hochschullehrerin ist das Internet für Sie bei der Erstellung von Lehrmaterialien sicher eine wichtige Ressource. Kolleginnen und Kollegen haben schon tolle Beispiele für Sie zur Verfügung gestellt. Sie suchen danach, laden diese herunter und bauen das in Ihre neuen Lernunterlagen ein. Und ganz selbstverständlich veröffentlichen Sie das auch selbst wieder im Internet für andere. Eine tolle Sache? Ja, mit einem gravierenden Problem, dem Urheberrechtsgesetz. Denn auch augenscheinlich freie Unterlagen im Internet unterliegen diesem im deutschsprachigen Raum. Haben Ressourcen aus dem Internet keine gesonderten Angaben zur Nutzung? Kann man nur mit der Zitation arbeiten, aber auch nur eingeschränkt und auch hier ist die Übernahme begrenzt. Kurzum, es wird kompliziert und ist letztendlich auch teuer, denn Freiheits- und Geldstrafen können bei einem Verstoß gegen das Urheberrechtsgesetz drohen. Eine Möglichkeit, um mit Lehrmaterialien rechtssicher umgehen zu können, stellen sogenannte Open Educational Resources, kurz OER, oder zu Deutsch offene Bildungsressourcen oder auch freie Bildungsmaterialien dar. Das O für Open oder Offen steht dabei für kostenfrei, frei verwendbar, druck- und kopierbar und in der Regel auch eben frei veränderbar. Und dass das möglich wird, dazu braucht es eine entsprechende offene Lizenz. Die weltweit am meisten verbreiteten Lizenzen sind derzeit die Creative Commons Lizenzen, abgekürzt mit CC. Wenn von offenen Bildungsressourcen die Rede ist, verstehen manche Autorinnen und Autoren auch unter Offen, dass Open Source Software zum Einsatz kommt, dass zudem offene Standards verwendet werden oder auch, dass Formen des offenen Lernen und Lehrens unterstützt werden. Offene Bildungsressourcen, kurz OER, sind also eine Antwort auf die strengen Urheberrechtsregelungen im deutschsprachigen Europa. Was sind denn alles Argumente für OER, offene Bildungsressourcen? Zunächst sind sie 100% kostenfrei. Sie sind kostenfrei im Web zugänglich und auch die Nutzung der Materialien kostet nichts. Durch die Modifizierbarkeit können OER von vielen gemeinsam erstellt und bearbeitet werden, wodurch auch neue Formen der Zusammenarbeit gefördert werden. Offene Bildungsressourcen sind auch aktuell oder allein einfach aktualisierbar. Durch eine ständige Modifikation sind solche Lehrmaterialien einem ständigen Bearbeitungsprozess und werden immer weiter verbessert. OER sorgen auch für Chancengleichheit. Sie sind zugänglich für alle und sorgen daher auch für viele weitere Entwicklungsmöglichkeiten, auch am Ende der Welt. OER sind schließlich in der Regel auch innovativ und modern, da zumeist mit neuen Technologien und Formaten gearbeitet wird. Offene Bildungsressourcen, kurz OER, können schließlich ganz unterschiedliche Materialien sein. Ein Lehrbuch, eine Präsentation oder ein Bild, ein Video, ein Lernobjekt. Egal ob traditionell analog oder innovativ digital, OER kennt hier keine Grenzen. Egal ob différentsern, kurz OER, den Fall und Revelpolitik. ... ... Vielen Dank.